Meine Stadt heute. Angst. Angst vor einem unsichtbaren Feind, sodass jetzt jeder seine Gruppe meint. Angst um seine Liebsten. Opa und Oma, damit keiner von ihnen fällt ins unendlich traurige Koma. Deswegen ist jetzt Vorsicht angebracht. Überall wird an Maßnahmen gedacht. Bloß nicht zu nah, bleibt immer fern. Am nächsten ist uns jetzt allen der Stern. Alle. Das betrifft uns alle. Doch genau dadurch haben wir eine neue Chance. Wir schaffen eine neue Balance. Das betrifft uns alle. Unsere Gesellschaft wird wie Kristalle. Denn jeder von uns glänzt. Jeder sieht wunderschön aus. Diese positive Energie reicht auch außer Haus. Mit Regenbogen verziehen Kinder ihre Fenster und probieren zu verjagen die bösen Gespenster. Anstatt volle Shoppingstraßen verziert jetzt Hilfsbereitschaft die leeren Straßen von Menschenmassen. Jeder Mensch versteht, wie wichtig es ist, dass der Virus die Älteren nicht zerfrisst. Deswegen kaufen wir für sie ein und probieren noch bessere Enkel zu sein. Rücksichtsvoll werden Einschränkungen geachtet, aber die Quarantäne auch manchmal verachtet. Wisst ihr, wovon gesprochen wird? Covid-19 heißt es ganz einfach kommentiert. Online ist jetzt der neue Trend. Online klappt alles hervorragend. Es hat sich viel verändert. Unser Leben hat sich augenblicklich geändert. Viele Menschen sind jetzt oft allein. Es hilft aber, dabei zu sein. Spendet Trost. Versteckt euch nicht. Denn durch diese Zeit wird sich verändern eure Sicht. Lasst uns gemeinsam Liebe streuen, sodass wir uns später darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020